Ihr fragt uns immer mal wieder, könnt ihr nicht dies, macht ihr nicht mal das und ganz oft ist da der Name Hyundai und Tesla dabei. Und ich versuche euch jetzt mal ganz kurz zu erklären, warum es zu Tesla höchstwahrscheinlich nie ein Video gibt und zu Hyundai vielleicht irgendwann mal wieder. Wir hatten von beiden Herstellern Autos angefragt, wir hatten auch von beiden Herstellern Auto-Zusagen. Fangen wir mit Tesla an, da hatten wir insgesamt drei Zusagen und jede einzelne dieser drei wurde abgesagt, immer kurzfristiger. Und die letzte wurde wirklich den Tag vorher abgesagt, ohne erkenntlichen Grund. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay Tesla, sorry, aber in Deutschland seid ihr einfach kein professionelles Unternehmen. Ich bin mir sicher, in Kalifornien wäre das anderes gelaufen, wir hätten einfach in den Store reinlaufen können, hätten das Auto für 24 Stunden gehabt und hätten unser Ding machen können. Aber in Deutschland ist man da irgendwie noch nicht so weit und man hat auch keine Wertschätzung für Online-Medien. Deswegen, als kleine Reaktion von uns, gibt es auch definitiv kein Video von Tesla. Weiter zu Hyundai, da hatten wir auch Autos angefragt, allerdings sind wir da so weit unten in der Liste reingerutscht, dass es schon überhaupt keinen Sinn mehr gemacht hatte, eher der i30 beispielsweise schon fast als Gebrauchtwagen eingestellt werden könnte bei uns. Und dementsprechend haben wir da ein bisschen kommuniziert, haben zurückgesprochen, können wir da nicht was machen, warum sind wir denn so weit unten auf der Liste? Und dann kam eine Antwort zurück, die fand ich persönlich sehr, sehr unangemessen und auch sehr, naja, frech, um ganz ehrlich zu sein. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann lassen wir das auch mit Hyundai. Dementsprechend ist dann auch leider der Ioniq Electro, den wir schon eingeplant hatten, ich glaube, den hättet ihr theoretisch jetzt sogar schon sehen können, aber den hat Hyundai dann auch gecancelt. Und dementsprechend Tesla in Deutschland aktuell sehr unprofessionelles Unternehmen. Da wird es auf wirklich, glaube ich, auch lange Zeit kein Video von uns geben. Und Hyundai kann sein, wenn sich das mal ein bisschen so ein bisschen wieder einpendelt. Im Moment gibt es aber, nennen wir es mal, Kommunikationsdifferenzen. Das soll es auch schon gewesen sein mit dieser kleinen Erklärung und kurzer Klick hier auf die Steckdose. Ich werde sie nicht abdecken, denn ganz ehrlich, eine Steckdose hat einen bestimmten Zweck und die wird hier ganz oft im Büro benutzt. Dementsprechend, danke fürs Zuschauen, danke fürs Sehenhören. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen und auch ein bisschen nachvollziehen. Ansonsten sehen wir uns bei wahrscheinlich jeder anderen Marke irgendwann bei einem Video wieder. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.